ja moin 10er team ist gar kein bock einfach zwei 10er teams, seit wann gibt es sowas, ey das wär actually lustig ja aber nicht mit randoms, das müssen die leute machen die bei discord dann, mit randoms ist das glaube ich irgendwie voll gut ach 6er teams ist das denn weißt du einfach so 6er teams sind die größten minecraft sweats die dir vorstellen können und dann einfach gegen 6 randoms wahrscheinlich ok in der 1.16 ist das spielmodus wirklich nice eigentlich, also wirklich besser als in der 1.8er dann hat er, sonst ist er halt nix besonderes aber so ist ja was besonderes wie kann man denn auswählen mit wie vielen das geht nicht ich sag mal den scheiß drauf einfach wir gehen einfach ins nächste rein, wenn es nichts dann geblieben bleibt ja ok komm wir schon jetzt aber rein hier rein in die maße, es ist ein 10er team, es ist ein 4er team, ja komm egal ich mein gefühlt je mehr leute pro team sind, desto schlechter sind die gegner von daher ja genau so wie er auf allpixel he in solo triffst du sweats, also in solo triffst du theoretisch öfter sweats aus, au, als, au ja sweats als in 4er, außer du spielst auf invasion, weil da ist jedes zweite team ein sweat, 20.000 final kills ok ok, ich bin der einzige mit nem cage he, gefühlt hat niemand außen mit diesem cage, wie meins cross teaming in team, ja jeder hat tvp auf nem anderem server trainiert he ja ok, äh ne trap chest, nicht die kiste öffnen, die, ah ja einfach rüstung nochmal ich bin tot, da hat jemand den abgebaut und das war so, das war ich hab grad nem anderem einfach die rüstung gesteilt, der nicht gerafft hat wie sie ja ich bin tot ja ist das ist, scheiße ich bin gleich erstmal full iron ja was natürlich kommt aus dem, natürlich kommt aus meinem lucky block die das ich bin dreiviertel iron und hab goldschule komm, nimm die auseinander, du kriegst die alleine, also wirklich was machen die da? die kill mich, ich muss einfach nur warten, die kill mich aber alle gegenseitig nein, du gehst jetzt in die Mitte, holst du full dick ja, ich will mal kurz essen warte, ist ein shalker? fach, ich hab kein essen, ich hab kein essen ok, wenn ich den mlg nicht schaffe, bin ich tot, ne? und mlg, ja ok, ich werd nicht tot, äh, gehen ich geh jetzt mal shalkern, dann bitte mal kurz von meiner werkwand weggehen ach, Digga, wer ist er? man, rohmeter jo also, ihr seid nur noch zwei, das, also wenn ich mir die plebs da so ansehe, die ich bis jetzt gesehen hab, ja ja, also einer ist halt so, keine Ahnung, hat halt Diaschest ich hab halt, ich hab kein Schwert ist das Ding, ne? ich will nur kurz holzen, dann mach ich mir ein Schwert und dann let's go ja ich kann, ich kann mir ein Eisenschwert machen, das manchmal ist übrigens jetzt seit dem neuen, äh, Update hier, was die rausgehauen haben ich wahrscheinlich schon länger her ist, äh, steinschwertschart 3 genauso gut wie Diaschwert ach, ich hab keine Blöcke, was ein Dreck, ach, man kann ich's dir abbauen? nein, moin, ich hab die ganze Zeit den falschen Aare gekordet, alter ok, richtig ne, wait, ich hab die seit gar nicht gekordet ach die, was machen die anderen? ok, sag mir, sobald man in der Mitte irgendwie auf mich aimt, ja? was, jemand hat ein Eis besiegt? ok, da ist einer mit Diagramm, aber ich hol ihn, glaub ich was, ok, er hat, ja moin, er hat Instant Damage er hat einfach Instant Damage ja moin, ja moin, ja moin, ja, ich bedruckt, ich bedruckt, ich bedruckt ja Digga, er hat Instant Damage 2 wahrscheinlich und da hat er mich einfach danach, als ich noch geescaped bin einfach mit einem Dragon Breath Wound gekillt ja moin oh, geil, Crazy Mode es wär so geil in Crazy Mode, das ist voll nice ähm, da kommen nämlich so so random Events, das ist ultra witzig und, das, äh, haben wir Crazy Mode, haben wir Crazy Mode? wo steht denn das? annehmen wir, es ist noch Voting Time, okay dann zweier Teams, ne? ja, nice lol, die, oh, die Map schon wieder, ah, die find ich nicht so nice ne, ja, ist crazy Geil, Crazy Mode, das ist richtig nice ja, Crazy Mode noise und erstmal Speed Potion 2000 haben einen Hund just a normal pick, ich weiß nicht angreifen wir machen uns Schwerter, würde ich sagen ich hab einen ja, ich hab vier Dias, ich mach uns kurz, äh, Schwerter mhm äh, kann man nen Werk machen irgendwo? ne, drinnen vielleicht ne Vorsicht! neiiiin! ich glaube ich wurde erwischt ja, ich auch ich auch ähm, was für ein Gift ist noch da, ist noch da ist weg strange, ist, äh, strange for all, wo bist du? da ne, hä? ich habe gehört wo bist du? ja, ich bin mhm ich hab ich hab, ich hab der hier Diaschwert, Diaschwert, da gönn dir danke ja und ich hab nen Eisenblock schon mal ich sag's mal so ne, weiß da, äh, da ist einer ne, anyway, das ist nur das just a normal pick ja, hab ich auch grad gedacht, dass da ein wär so, 15 Brute jetzt nicht krass viel, aber oh, fuck, jemand wir haben nen Pick King nen Pick King also nen just a normal pick in Pick King Form ich lass es mal hier stehen, vielleicht dass irgendwas so dumm entschlägt ist ach so, warte, finder, 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 finder oh, der ist weg ne, ne, er ist, er ist runtergefahren er ist gestorben warte, der ist, äh, Regeneration Wounds sehr, sehr stark ich will nur Rüstung du hast Rüstung, du hast weder Rüstung hey nein, ich hab den Hund geschlagen fuck, Zombie Invasion, shit wenn du die killst, dann ist quasi immer, als ob du einen Latidock öffnest oh, ich hab nen Schneemann schon wieder Frozen Shot, though nice Shield Wands ok kannst du dich kurz beschützen äh, ja, ich versuch unsichtbare, 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 unsichtbare unsichtbare nice der hab ihn ich fang ein paar Dias, jo hier ab hä, mein Hund, danke Hund, danke Hund mein Hund, glaub ich dich einfach hin Vorsicht ich fang Dias, ich fang Dias ich hab, ich hab richtig viele schon achte, mir runter ist ein Wolf ja komm, hier, 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 hier ich fang nicht mal von hier der hat einfach ne Graute gebracht ja, geh nur Dias nein ich darf nicht sterben ich hab zu viele Dias, ich bin zu wertvoll für die Welt ich hab fricking 12 Dias Da hat er noch Speedcrafting drin. Ein anderer Spieler, ein anderer Spieler bei mir. Max, komm mal. Bin tot, bin tot, bin tot. Er macht übel viel Damage. Oh mein Gott, ich hab ihn. Oh nice, dann komm. Geh da weg, komm da weg, komm da weg. Ich hab... warte mal... Nimm Lapis mit. Warte, ich mach mal kurz Rüstung. Okay, ich bin Half-Deer. Ich muss kurz bisschen Schrott aussortieren. Ich hab viel zu viel Trott im Moment. Sharp 1, Hot 1. Ich hab Schneeballe. Willste? Obwohl, ne, die bringen nichts, die bringen nichts. Ist ja 1,16, da machen die keinen Damage. Die machen Notback. Weil ich hab zwei Stacks. Die sind 1,16 nicht mehr. Doch, die machen Notback. Bist du es nicht? Dann mach ich Schneeblöcke. Dann mach ich Schneeblöcke. Ja, okay, gar nicht mal Schneeblöcke. Hast du noch ein Dia? Äh, ne. Warte. Hat er nicht ein Dia gedroppt, randomerweise? Ne. Der hat jetzt... What the fuck? Ich hab einfach viel zu viele Haustiere und Dia-Schwerte. Oh, shit. Ja, ich... Bei mir sind's eher so... Ey, die haben ja noch zwei Gegner. Oh, ich hab Lapis. Warte, ich kann einen Schaden. Ich hab 10 Level. Ne. Ein Gegner. Ja. Sharp 1. Okay. Das ist nicht... Es ist nur noch ein Gegner und ich seh, wo der ist. Warte, ich hab... Warte, ich hab... Warte, ich komm zu dir, ich kann gleich... Ne, es ist Justin. Hier sind richtig viele Dia's, hey. Warte, komm zu mir. Was? In der Mitte? Ja. Hier. Ich hör, wie du meinst. Ich hör, wie du meinst. Bist du oben oder unten? Elf Dia's. UHC-Modus. Oh. UHC-Modus. Okay. Das ist... Nein. Das ist voll geil, weil ich hab Regeneration Wands und der geht, glaube ich, trotzdem. Ich hab Dragon Breath Wands. Ich bin runtergefallen, weil es nicht gesprungen ist. Geil, sind wirklich nur diese... Diese Slabs sind so... Die sind oben, die sind oben. Der... Der hat einen Bogen. Vorsicht. Wo ist der, wo ist der? Aber der ist auf dem Dach von dem großen Haus. Siehst du da, der ist auf dem anderen Dach. Der Sneak da. Ne, der hat Enderpellen. Der ist jetzt wieder da. Ich hab nen Player Tracker. Ich hab nen Player Tracker. Ich kann ihn genau zu ihm gehen. Was hast du für Rüstung? Ich hab Full Iron. Also ich hab die gleichen Rüstungspunkte wie Full Iron. Und nen Sharp 1 Dia's. Der hat... Er ist halt 3... Er ist halt 3 Dia's. Kannst du sehen, was der für ein Schwert hat? Okay, der hat 8. Ne, der hat 0. Okay. Warte, was für ein Schwert hat der? Ich weiß es nicht. Oder nicht. Oh, Rabbit Mode. Nice. Der... Der hat... Der hat nen Dia Schwert. Aber... Okay, ich hab Sharp 1 Dia. Ich lebe S. 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 Und ich lebe S. Ja, ich seh wo er ist. Der zieh jetzt deine Eisenschuhe an. Und da ist ein Dia. Ja, ich seh wo die sind. Er hat grappling hookbow, glaube ich. Aber er schießt. Vorsicht, er ist in die Luft. Der ist nach da hinten gegangen. Der Typ ist der absolute Camper. Mach dir Full Dia und dann war's das. Ja ich hab ich bin schon mal fast voll Rüstung. Also voll links. Was fehlt mir noch? Mir fehlt noch ein Check, noch zwei Vias, da kann ich mir voll machen. Digga ich hab so Angst, dass ich irgendwo voll dumm runterfalle. Ja das ist bei mir passiert. Digga also in der 1.16 ist das Movement halt irgendwie anders. Ich weiß keine Ahnung warum es anders ist, das kannst du nicht befreit. Die haben ja auch in der 1.2 das ganze Rendering generell verändert. Ja eben, aber in der 1.14 wird das irgendwie erst richtig. Ender Perl Generator? Oh Strong, ich krieg einfach random Ender Perlen gerade. Nice. Guck mal wo ist er? Er ist da. Okay, ich seh deine beiden, ja ich seh ihn, ich seh ihn. Aber ich glaub mein Ender Perl wird nicht so weit fliegen gerade. Und so zu ihm hinkommen könnte. Oh Rabin Mode ist auch so nice. Ah Dekor ich ist, ich seh mein Stuff nicht hier. Runter. Ich seh ihn, er hat alles. Vorsicht, er hat die Ender Perle geworfen. Ja gewinnt. Nein. Ja, nein. Was? Nein. Ich hab ein Regeneration Ward noch zum Notfall. Nee, er hat einen, er hat einen, ja er ist wieder auf dem Dach da. Egal, ich hab Ender Perle, ich hab Ender Perle. Was geht ihm los? Ja, du bist direkt bei ihm. Da! Sprachausgabe. Alles. You cannot use this one for 30 seconds. Komm einfach runter, einfach runter. Ich muss essen, ich muss essen. Nee, er hat eine Ender Perle geworfen. Ah ja, moin, er ist ein Falscher gestoppt. Geil, Alter. Gratulation. Ah, ich hab Sprachausgabe gerade aktiviert. Sprachausgabe aus. Das Ding ist, ich hab halt meine Hotkeys auf 1 bis 6 und dann hab ich V, B und N. Und das Ding ist, wenn du halt STRG und B drückst, aktivierst du halt Sprachausgabe. Das ist sau nervig. Die